Für Hochzeit mit Harry, Meghan Markles straffer Sportplan Viel Zeit hat sie jedenfalls nicht mehr! Am 19. Mai findet die royale Hochzeit von Prinz Harry und seiner liebsten Meghan Markle statt. Derweil laufen nicht nur für das Sicherheitstee-Arm, sondern auch für das Brautpaar selbst die Vorbereitungen auf Hochtouren. Vor allem soll absolut versessen darauf sein, am Tag der Trauung einfach perfekt auszusehen und ihr angeblicher Trainingsplan hat es wirklich in sich. Sie steigt morgens eine Stunde auf das Laufband und das Rad und dann noch mal abends, verriet ein Insider dem Hellert-Magazine. Mit gleich zwei Cardio-Einheiten sei tägliches Sportprogramm aber noch längst nicht abgeschlossen, sie definiert auch ihre Arme, weil eines der Outfits, das sie an ihrem großen Tag tragen will, diese zeigen wird. Hoffentlich wird der Suits-Star damit nicht erneut gegen eine royale Kleiderregel verstoßen. Allgemein soll bei der Wahl ihrer Hochzeitsgarderobe auf Körperbetontes gesetzt haben und damit sie darin alle umhaut, halte sie sich auch an einen strikten Ernährungsplan, Kohlenhydrate und Alkohol sind absolut tabu. Hoffentlich ist dann wenigstens am 19. Mal wieder ein Gläschenkampagner drin.